Der deutsche scoop Wie viel betest du denn? 100 Franken, 200 Franken? Alltså, 100... Alles klar? Uh, clever! Rien, sei falsch!!! Rechtstätten!!! Die Dierchen schießt! Die Dierchen schießt! Ich knall sie ab! Alle unter den Tisch! Unter den Tisch! Rutschen! 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 Rutschen aus! Unter den Tisch! Verstehen Sie mich! Und außerdem... ...tut das Lamar mal niemanden in Ihrem Küchen machen. Lass mich einfach in Ruhe! Jetzt rede ich schon, verdammt noch mal! Warum hast du das Gulli hier? Lass mich in Ruhe, Schwesterchen! Ich lass jetzt mit den Streitereien! Nicht Streitereien machen! Jetzt wird die Gäste! Das wird ja eine Lese sein! Ach, ich hab sie gelernt in der Hirnmädchenschule in Bologna. Mach nur nicht fertig, ja? Und so auch nicht! Und so auch will ich nicht! Guckt mich nicht an! Das ist doch nur Donald Fonso! Das sind unsere Gäste! Mama John! Was? Ja! Ihr könnt's noch allen kaum abwarten, bis ich endlich im Altersheim bin, na? Wir müssen entschuldigen, der ist noch... Der guckt mich komisch! Aggressionstherapie, das kann einige Monate dauern!